hallo leute weiter geht's mit terraformers in der letzten folge haben wir die drähte stadt gegründet und uns auch schon ordentlich ausgebreitet dank des robotik zentrums konnten wir halt vier statt nur zwei standorte kolonisieren die runde haben wir alles erledigt wir können sie wenden auch steigende erwartungen ich hatte vorher noch mal nachgeguckt geringe chance dass die erwartungen steigen auch so ein mist minus 15 unterstützung das ist schon krass jetzt hier ist denn das orbitalteleskop auf phobos plus drei wissenschaftler unter auch im weltraumprojekt phobos ist glaube ich ein mond oder phobos der größere der beiden marsmonde genau wäre der perfekte stand für einen weltraumteleskop weit weg von menschlichen siedlung und ohne eine störende atmosphäre wäre dort der perfekte observations punkt für den fernen kosmos der maschinendepot kennen wir kriegt man halt noch mal drei expansionen dazu das ist schon stark und weltraum hotels bringt zehn unterstützung also wir müssten halt jetzt noch im grünen bereich hier schaut mal gern 536 haben ein polster aber langfristig gesehen müssen wir ein bisschen auf die unterstützung achten schwarz sehnsüchtig hier auf das hochhaus ich würde übelst gern wohnmodule auf der hand haben aber haben wir leider nicht oder noch mehr gut wir haben zwei karten mit nahrungsproduktion problem ist wir haben die ressourcen halt dafür nicht mehr titan mensch hier anbauen die mine da fehlt uns titan dafür um die mine zu bauen das weltraumprojekt schluckt das halt erzsatellit können wir aushauen wollen war machen und zwar hier da gibt es glaube ich nicht ein stadtstandort da wollen wir aber keine stadt gründen beim besten willen das ist jetzt zu nah wie ich finde ich ja an der stadt dran wobei kate dorso hatten wir auch hier gegründet so nah aber die stadt hat auch noch genügend platz für gebäude die kann sich noch ein bisschen weiter expandieren wisst ihr was wir hier machen außerdem kriegt man ja wieder diesen mali minus 2 temperatur weil das ja ein tempel ist wir bauen wird unseren ersten bakterien verteiler hin wenn wir doch kriegen wir die wupps die wupps und schon haben wir 25 wissenschaft das heißt wir bauen den bakterien verteilen und zwar dahin müssen uns aber natürlich noch ausbreiten ich vergesse das jedes mal so ein mist dazu brauchen halt die 60 nahrung das labor können wir bauen das einzige im moment was hat es denn hier vor karten ausgespuckt also das können wir weltraum hotel der maschinendepot ist cool probos drei wissenschaft das werden wir uns können die drei wissenschafts einfach zu krass entwicklungszentrum ja dass man halt noch mehr karten auf die hand nehmen können was kostet auch noch mal wissenschaft wir haben ja schon zwei karten wo wir unfassbar viel wissenschaft brauchen was macht ozean importer von serres ist der andere mond das ist irgendwas anders ein zwergplanet die kalten dunklen gerade des zwergplaneten serres enthalten große mengen von gefrorenem wasser seine geringe entfernung zum mars machen ihn zu einer attraktiven quelle für zusätzliches wasser für unsere meere das ist ein weltraumprojekt aber ich glaube das ist ein muss ist das weltraumprojekt da kommen wir nicht doch gott schaut mal hier wohnmodul fast übersehen das holen wir uns gleich mal instant ja und dann das oder das das der maschinendepot wäre auch unfassbar wichtig also das sind so viele gute karten auch das weltraum hotel für die aber nein wir holen jetzt hier die importe müssen wir aber jetzt erstmal außen vor lassen ich hoffe die verkrümeln sich dann wieder dass man hier nur gleichzeitig halt drei weltraumprojekte haben kann so bescheiden wäre es wenn man insgesamt halt nur drei weltraumprojekte haben können aber ich hoffe mal das ist nur so lange wird die halt bauen mal gucken wohnmodul endlich wenn sie die müsste noch platz sein wurde wir sparen zeit für kräfte dorsum aber ein kräfte dorsum können wir auch noch mal eine roboter haben uns können es wird der eine roboter stadt habe ich so das gefühl obwohl wir ja öffentliche bäder gebaut haben haben wir haben das hierhin wieso waren wir hier drüben noch unfassbar viele gebiete haben die wir noch erforschen können hier oben gibt es auch noch mal silikat ist auch titan brauchen aber erst mal titan hier scheint es auch eine titanmine zu geben also bodenmodul wieder dahin danke dafür ja ich weiß wir wollten halt das hier ausprobieren was können wir noch machen also in der runde wahrscheinlich nicht ich habe das nicht vergessen hier oben zur not muss man halt noch zu den roboter abbauen das alles im kopf zu behalten was man so vor hat das wird halt immer schwieriger je weiter das geben vor einschreitet weshalb immer umfangreicher wird hier ich möchte das labor hier noch hin setzen karten hatten wir alle und in der nächsten runde ist übrigens auch noch mal wahljahr runde bänden dann zeigt mal was jetzt für leute kommen hier expertise recycling ayesha katri indisch aus die frau und der name klingt auch indisch oder ayesha wurde in eine wohlhabende indische familie geboren und und während sie den größten teil ihres lebens in prächtigen willen mit gut gepflegten gärten verbracht ist er die verschmutzung ihrer stadt nicht entgangen bei den reichlich vorhandenen geldmitteln ihrer familie entwickelte sie neue methoden der abfallentsorgung und des recyclings ihre erste recycling anlage war ein großer erfolg und die rohstoffe die aus dem abfall gewonnen werden warfen auf dem markt auf eine rohe nachfrage da ihre gewinnung weitaus günstiger war als ihr gegenstück als ihre gegenstücke tief unter der erde sie machte sich ihren titel als müllprinzessin voll und ganz zu eigen indem sie ihren körper mit schmuck aus recycelten gold verzierte ihr hoch entwickeltes recycling wäre eine große hilfe dabei die industrie das das mars autarker zu machen spezialisierung felds recycling die entfernung eines felsen gewährt plus 1 titan das ist permanent hätten wir das dann können wir sagen ressourcen umwandeln wandelt drei silikat in zehn titanum oh gott wir brauchen ja so viel titan gerade eine kläranlage baut kläranlage kostenlos plus 1 wasser pro runde wenn die stadt mindestens vier bevölkerung hat wir haben nicht wirklich so viel bevölkerung wir haben mehr roboter und das kennen wir ja prospektions tor die kläranlage ist halt müll für uns zurzeit nicht wirklich interessant der neuen stadt vielleicht vielleicht auch noch in der zweiten stadt die wir gegründet hatten aber silikate halt kriegt man zehn titan wir brauchen halt titan und was ist mit der anderen hier naela bolatbek expertise diplomatie naela wurde in kasachstan geboren zog schon in jungen jahren mit ihrer familie auf dem mars verbrachte aber den größten teil ihrer jugend zwischen den welten in raumschiffen auf dem weg vom roten planeten zum blauen planeten und wieder zurück ihre eltern arbeiten für ngs die enge beziehung zwischen erde und mars fördern und folgte in ihren fußstapfen folgte ihren fußstapfen oder sie ist mit den kulturen der beiden planeten eng vertraut dass sie in ihrer jugend viel auf reisen war und menschen aus dem ganzen sonnensystem kennen lernte was sie zur perfekten diplomatin werden ließ unter ihrer führung werden erde und mars einander noch näher kommen und freundschaftliche beziehungen entwickeln die über reine handelsverträge hinausgehen handelsschub erhöht handelsrouten um 1 je drei handelsrouten die du neu errichtet ist handelsrouten von benachbarten minentragen nicht bei wir haben nicht wirklich so viele handelsrouten fallen neu errichtete nicht mal die alten zählen eine botschaft plus zwei unterstützung pro runde und handelsroute dieser stadt statt des jahres wähle eine stadt sie produziert ihre unterstützung ein zweites mal in dieser runde jede stadt kann nur einmal pro anführer ausgewählt werden erkundungs dokumentation erkunde einstand unterhalte 10 unterstützung also geht er voll auf unterstützung hier auf unterstützung und handel leute die hinteren gefällt mir ja mit ihren eigenschaften bedeuten besser wir nehmen die hinteren die gute jäscher sie ist jetzt die chefin des mars bodenfabrik benachbarte nahrungsproduktionsgebäude erzeugen plus 1 nahrung elektronen strahl drucker muss in der stadt gebaut werden die titan produzieren und sich im besitz dieser stadt befinden sorgen für plus 1 titan war auch richtig stark was ist das ein gericht plus zwei lebenskomfort ja die bodenfabrik also manchmal hat man drei karten da sagst du dir alles schrott brauchst du nix und hier könnten wir drei gut gebrauchen wir müssen auch so langsam auf die energie achten das gericht kann man vielleicht noch außen vor lassen wir zehren halt ein bisschen von diesen 571 unterstützung wir können uns die zwei sachen hier die lernlage brauchen wir natürlich nicht und wir wandeln silikate um zu titan ja schwupps schon haben wir ordentlich titan derzeit liegt es natürlich auch noch nicht fertig aber die mine können wir hier bauen ein spa ressort zwei lebenskomfort lebenskomfort bringt halt richtig unterstützung aber die andere sache diese geothermische diese geothermische quelle wir halt auch super was halt weizen titan werden gesagt wir brauchen energie aber das roboter hat wäre auch wichtig ich habe gemerkt alter schwede am besten glaube ich man geht das so städteweise durch also hier können wir noch ein gebäude bauen und dann war es das hier ende im gelände die erkundung kommt irgendwie zu langsam für meinen geschmack voran und dadurch kann man halt nicht so richtig planen welche ja was jetzt noch wichtig wäre welche stadt man zum jetzigen zeitpunkt halt kuschen sollte wenn hier unten irgendwelche richtig guten sachen wären aber gut man sieht es halt klare hinweise auf nitrat klar könntest auch gebrauchen um das hier noch anzuschließen aber das werden halt zwei felder entfernt das ist der mist und hier hinten weiß man auch nicht wie es weitergeht vielleicht findet man ja irgendwo auch noch eine stadt kann man sich leicht verzetteln bei dem spiel die größer das wird das hat man gemacht das auch wir warten mal noch ab dass den roboter hab halt das silikat kann man auch gebraucht ja komm wir können uns das silikat umso mehr silikat wir haben umso mehr titan haben wir so lange wie wir die hier als anführerin haben wissen wir können das ja umwandeln dann runde band noch mehr hier von diesen sachen polarhasen was machen die denn tierverwalter plus drei unterstützung pro runde wenn in der klimazone eine stadt liegt was als haustiere dann oder was polarhasen haben sich perfekt an das raue klima auf dem mars angepasst das sagt mir jetzt nicht wirklich zu was ist das hier landbakterien produziert plus 1 titan pro runde wenn in der klimazone eine stadt liegt einfach so oder was diese bakterien können eisen und andere mineralien aus dem martianischen regolith mittels biochemischer prozesse in nützliches titan umwandeln wir nehmen das zeug universität darauf haben wir gewartet da haben wir im moment keinen standort für für die lieferdrohnen den landeplatz werden uns auch können schwupps 11 von 10 was passiert dann eigentlich wenn man 11 von 10 hat kann man die runde dann spenden ich weiß es nicht aber wir werden jetzt hier das roboter habe erstmal ausspielen schwupps dann gönnen wir uns noch mal titan durch ihre fähigkeit ach jetzt können wir noch mal firma uns aus denen krass hat jetzt gar nichts mehr auf dem schirm aber klar das robotikzentrum dort auf jeden fall das so dann ballern wir hier diesen bakterien verteiler ein dass wir uns das einfach mal angucken so bakterien verteiler großartig jetzt können wir mit der verbreitung von leben beginnen das hilft uns bei unseren terraforming bemühungen jetzt gab es doch irgend so ein bakterium was die temperatur nach oben schnellen lässt teiche und so das kommt dann eigentlich erst denke ich mal wenn wir denn hier den meerespiegel anheben bakterien verteiler wo klickt man da drauf keine ahnung aha hier in tempel genau klickt man drauf und die drei haben wir zur auswahl und da wollten wir den nehmen der uns wärme bringt schwupps was klimazone ist zu kalt doch nö ach komm schon aber da stand doch mindestanforderung minus 1 ich habe das schon gelesen mit dieser mindestanforderung leute aber ich dachte halt naja gut wenn minus 2 ist macht ja nix das ist ein bisschen blöd ausgedrückt scheipengleister wie ihr seht wir können das jetzt hier nicht hin machen ist halt rot aber wir könnten es hier hin machen nur dann seht ihr das entfernung vom ausgewählten lebensumvorteiler gebäude 20 prozent und dadurch erhöht die dauer oder was ach man das ist ja ein ding bin ich dafür eine andere bakterie zu nehmen das hier auch wenn es die temperatur dann da jetzt nicht lokal nach oben bringt sinobakterien und dann geht es hier plus zwei unterstützung und was und plus 20 unterstützung prestig ich ach so wir bekommen da auch prestig für die sinobakterien sehr schön aber was mir halt gefällt man kann irgendwann wird es bestimmt der fall sein also wir brauchen jetzt hier nicht 50 von diesen bakterien verteiler bauen sondern wir können dann halt auch über weitere entfernung die bakterien verteilen das ist gut gemacht dann hätten wir das und dann hatten wir ja gesagt hier wollen wir erforschen aber können wir noch nicht weil das nur eine runde auflädt und das hier können wir jetzt aktivieren weil wir genügend ressourcen hingeschafft haben aktivieren und schwupps schon geht es los so was jetzt bisher schlägst du dich gut und scheinst alle erforderlichen grundlagen zu meistern um sicherzustellen dass die erde der kolonisierung langfristig zustimmt musst du dafür sorgen dass die unterstützung durchgehend über null liegt die verbesserung des lebenskomforts der bevölkerung durch terraforming oder andere maßnahmen hilft dabei auch der gelegentliche bau von gebäuden die für unterstützung sorgen ist eine gute idee damit kolonisierung und terraforming des mars ein erfolg werden musst du 300 ziegpunkte erreichen wir sind alle sehr gespannt wie weit du uns voranbringst viel erfolg ich denke mal jetzt wird es hier oben keine ziele mehr geben das ist wie so ein tutorial gewesen denke ich mir wir schlagen uns gut das ist doch schon mal gut was will man weniger dann geht es weiter jetzt entweder wir sagen wir handeln mal noch ein bisschen weiter oder wir werden gleich das nächste weltraum projekt starten ehrlich gesagt ich bin scharf drauf noch einen zweiten erkundung satelliten zu bekommen dann sind wir variabler und können schneller entscheiden in welche richtung wir expandieren also 1 wissenschaft und 1 silikat gab es hier oben nicht auch noch ein silikat vorkommen ja da oben schaut mal das können wir uns auch noch gönnen 9 von 10 können wir noch irgendein gebäude bauen den landeplatz hier können wir noch bauen 1 geothermische quelle mäh wir haben keinen platz für ein landeplatz doch hier hätten wir platz einmal landeplatz bitte danke dafür dann können wir doch nochmal mit der erde handeln dann holen wir uns noch mehr silikat noch mehr silikat geben der erde es geht von der erde nahrung ein bisschen energie so das war's können wir das hier oben hochziehen nein Nö 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 nonsense titan acht die teiche muss man halt noch bauen das können wir uns im moment nicht leisten als das werden halt immer mehr wurde die dann mit deichen versorgt werden müssen die wasserführende schicht darüber uns lieber das wasser weil wir haben ja schon in der pipeline die ja diese ozean importer von serres aber trittium wäre nicht schlecht wenn uns die mine erst mal noch hier wort man noch mit der expansion er braucht unbedingt diesen zweiten erzatelliten klar wir können halt auch mit ihrer fähigkeit weiter expandieren aber das kostet halt unfassbar viel energie hier war das von einer stadt entfernt ist erzsatelliten ist ganz wichtig und wenden sauerstofffabrik haben wir marscha finde ich nicht gut knollen fabrik haben wir auch können wir uns lieber die zwei wissenschaft ganz ehrlich erzsatellit ist woher die brauchen unbedingt noch mehr titan aber wie gesagt das können wir bei ihr über die fähigkeit uns reinholen dadurch kommen wir halt aber auch nicht mit dem silikat voran mann 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 ist das schwer ressourcen um hier und nirgendwo ein gebäude zu bauen haben im moment erstmal nicht wir können aber das titan halt und beziehungsweise das sedikat wiederum wandeln wir machen das die fähigkeit ist einfach zu krass wie ich finde hier jetzt den erzten lieben also dass man sie nicht nutzen sollte so rum meine ist na so und jetzt sehen welche gibt es noch eine mine das würde dann minus zwei bedeuten jetzt hier wenn wir dahin expandieren aber ich finde die mine ist es wert eine minus 1 minus 1 bedeutet das oder mal in die minus zwei sogar jetzt wäre es halt schön wenn wir hier hinten das noch mit dem zweiten erzsatelliten erforschen könnten dann wüssten wir ach hier gibt es eine stadt da könnte meine stadt gründen ja dann warten wir doch lieber und hier oben genauso ach man ja die zwei stand oder noch für mensa city klar machen als den hier minus zwei wirklich nur hatten wir ja gesagt wenn es absolut bombastisch ist das teil das ist halt eine mine bauen hier die geothermie quelle dann haben wir mehr strömlinge so können wir noch irgendeinen standort ausbauen so können wir noch irgendeinen standort ausbauen ja klar hier oben wasserführende schicht ebenfalls eine mine das war es dann auch schon oder ja hier fehlt es jetzt an strom so schnell geht das und könnten den standort für die stadt ranholen aber ist auch wieder zu weit entfernt und die anderen standorte haben bald noch nicht erkundet das ist schon krass also wir brauchen unbedingt diesen zweiten erzsatelliten oder wir müssen halt die fähigkeit ja von ihr öfter nutzen kann man der nächsten runde mal nutzen vielleicht mal gucken entscheiden wir alles in der nächsten runde natürlich und auch in der nächsten folge leute zeit vergeht wie im flug hier in dem game hammer es mich hier nach wie vor irritiert warum wir unten jetzt 60 steht bei den anderen ist doch überall 30 30 30 30 und hier 60 verstehe ich nicht also die zahl unten ist klar wir brauchen 22 runden dann erreichen wir die nächste stufe bei den anderen ist das auch gleiche kriegt man immer bloß 1 sauerstoff dazu also brauchen 29 runden ich frage mich halt nur warum hier 60 steht anscheinend ist halt einfach so weil die atmosphäre so bescheiden ist deswegen brauchen wir halt bedeutend mehr um das nach oben zu bringen so könnte ich mir am logischsten erklären so genügend gequatscht der sahadoum quatscht sich wieder fest man 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 leute was in die kommentare und ganz wichtig ab unterlassen motivation ohne ende klappt mir das und ihr unterstützt den kanal vielen dank übrigens auch an alle die schon rechts unten auf abo geklickt haben und den kanal die treue halten danke dafür leute wir sehen uns morgen wieder in der nächsten folge terraformers die macht unfassbar viel fun ciao ciao euer sardoum euer sardoum